Ich bin gelernter technischer Modellbauer. Ich habe die Ausbildung in Siegen gemacht, in einem mittelständischen Betrieb und dort dann auch zwei Jahre gearbeitet und bin jetzt seit April diesen Jahres bin ich als Betonbauer unterwegs. Ich habe in meinem alten Betrieb gekündigt, weil das Betriebsklima nicht ganz angenehm war und dachte, ich muss mal was anderes machen. Und jetzt fahre ich sozusagen von Baustelle zu Baustelle, stehen montags früh auf, fahren dann um halb fünf oder fünf Uhr los auf irgendeine Baustelle, bleiben dort dann die Woche, schlafen abends im Hotel, man kommt müde an, ist dann völlig fertig von der Arbeit. Aber es ist auf eine gewisse Art und Weise auch einfach schön, mal so eine Erfahrung zu machen, körperlich zu arbeiten. Das war für mich wirklich interessant, dass das durchaus auch was für sich hat. Nicht dort PC zu sitzen und zu programmieren die ganze Zeit, sondern wirklich mal was körperlich zu machen, wo man nicht so viel nachdenken muss, aber halt was zu tun hat bis abends, bis es dunkel ist. Das ist auf jeden Fall nichts, was man sein Leben lang machen möchte, weil es nicht nur sehr anstrengend ist, sondern auf Dauer natürlich auch irgendwie ein bisschen eintönig wird, schwer Eisen durch die Gegend zu schleppen und Beton in die Fugen zu ziehen, sondern ich mache das jetzt hauptsächlich, um ein bisschen Geld zu sparen, damit ich mir Reisen leisten kann. Das ist das, was ich jetzt demnächst eigentlich machen möchte, was so meine Ziele sind für die unmittelbare Zukunft. Ich möchte mit meinem besten Freund zunächst mir Europa angucken, einfach mal los, Rucksack auf und dann mit dem Zug oder per Anhalter uns das angucken und sehen, wo wir rauskommen. Also vielleicht landen wir in Spanien, vielleicht landen wir in Kroatien, vielleicht machen wir auch eine einzige Tour, vielleicht kommen wir auch durch Dänemark oder Norwegen, Nordkap, das wäre auch so eine Sache da oben. Mein größtes Reiseziel ist Kanada. Dort würde ich gerne auf einem Kajak den Yukon hinunterfahren. Man kann dort hervorragend auch angeln und ist mal draußen einfach in in der Wildnis sozusagen. Diese Ausgesetztheit hat man sonst nirgendwo. Hier sind immer so viele Menschen, die einem teilweise auch einfach tierisch auf den Nerv gehen mit ihrer Masse, mit ihren gesellschaftlichen Konventionen. Und da möchte ich halt einfach mal raus. Hier vor Ort entziehe ich mich dem Alltag so ein bisschen, indem ich angeln gehe. Dort hat man auch seine Ruhe. Das mache ich sehr gerne, dass man hier raus geht und einfach am Fluss steht und die Fliegenroute wirft. Und selbst wenn nichts anbeißt, dann kommt man irgendwie wieder runter. Das ist so ein bisschen bei sich. Hier in der Lahn gibt es viele Forellen und Eschen, die man fangen kann. Und in der Stadt bei Marburg ist tatsächlich sogar eine sehr gute Strecke, um Hechte zu fangen. Das führt teilweise zu lustigen Situationen, wenn Spaziergänger oder Touristen da sind, die sich die Stadt angucken und man hat dann einen dicken Hecht dran. Das führt manchmal zu regelrechten Menschenaufläufen. Und die Leute sind das irgendwie gar nicht mehr so gewohnt hier, dass man angeln geht. Ansonsten gehe ich in meiner Freizeit auch gerne klettern oder schwimmen, Frisbee spielen, was sich halt anbietet. In Marburg ist jetzt eine schöne Kletterhalle gebaut worden. Wir haben hier nicht so hohe Berge. Da muss man auf sowas zurückgreifen. Und ansonsten jongliere ich gerne. Ich werfe mit Bällen und spiele einen sogenannten Drachenstab, den man über den Körper rollen lässt. Dann auch mit Feuer. Das ist eine sehr angenehme Community, die auch europaweit vernetzt ist. Man trifft sich auf Jonglage-Conventions, wo eine sehr losgelöste Stimmung herrscht, wo die gesellschaftlichen Konventionen so ein bisschen aufgehoben sind. Es ist offener, herzlicher. Ich gehe gerne auf solche Veranstaltungen. Ich gehe auch gerne auf Musikfestivals, wo man sich so ein bisschen gehen lassen kann und nicht so sehr darauf achten muss, irgendwie, wie werde ich jetzt gesehen. Man hat ja oft so ein bisschen eine Maske auf und die lässt man dort fallen. Diese Festivals und Jonglier-Treffen, die gibt es sehr viele in Deutschland, aber das ist eigentlich eine Gemeinschaft, die immer größer wird. Die europäische Jonglier-Convention wird dieses Jahr in Südtirol. Nächstes Jahr wird sie bei Amsterdam sein. In Tschechien und Polen gibt es auch einige sehr schöne Festivals. Nächstes Jahr möchte ich auf die Boom fahren, nach Portugal. Das ist ein großes Goa-Festival. Ja, Marburg an sich ist eine sehr schöne Stadt. Es gibt eine Altstadt, die den Berg hoch geht. Obendrauf ist das Schloss. Dafür ist die Stadt auch bekannt. Das Landgrafen-Schloss. Und unten im Tal fließt die Lahn. Dort ist auch die Universität angesiedelt. Die ist bekannt für Medizin und Geisteswissenschaften. Von daher kommen sehr viele junge Menschen auch aus der ganzen Welt nach Marburg, um hier zu studieren. Und das führt dazu, dass man hier sehr viele junge Menschen hat. Es sind auch, ich glaube, 80.000 Einwohner, sind hier 26.000 Studenten dieses Jahr. Und das ist natürlich für mich als jungen Menschen eine schöne Sache, dort einfach in die Stadt gehen zu können. Es ist immer was los. Also, wenn man dort in die Altstadt geht, ist die Kneipendichte sehr hoch. Und man kann dort auch, wenn man einfach mal ohne Plan losgeht, den einen oder anderen witzigen Abend erleben. Ja, manchmal wünsche ich mir, dass die Menschen im Alltag einfach auch offen und herzlicher miteinander umgehen würden. Wir entwickeln uns so zu einer Gesellschaft, in der man nicht mehr das Gefühl hat, so richtig sein zu können. Es wird immer viel von Toleranz geredet und dass wir alle miteinander leben. Aber es wird nicht wirklich gelebt. Also, wir merken das ja jetzt gerade auch hier in Marburg ist ein Flüchtlingsheim, wo jetzt, ich glaube, sechs oder siebenhundert Syrer untergebracht sind. Und wenn man die Leute fragt, dann sagen sie, ja, natürlich, das ist super, dass sie da sind. Natürlich nehmen wir die auf und überall hängen Refugees-Welcome-Plakate. Aber wenn man so durch die Straßen geht, kümmert sich eigentlich keiner so wirklich darum. Jeder hat so diesen Tunnelblick und jeder ist für sich und hat keinen Blick für diese Menschen, die von außerhalb kommen und versuchen, hier in die Gesellschaft reinzufinden. Aber sie haben auch nicht mal einen Blick für die eigene Gesellschaft. Man läuft aneinander vorbei, ohne sich zu grüßen. Und sobald mal jemand irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzt und auf der Straße sozusagen einfach mal ein bisschen Spaß hat, wird man schon komisch angeguckt. Das kann es irgendwie nicht sein. Das ist auch so einer der Gründe, weshalb ich erst mal raus will in die Natur und einfach mal runterkommen von diesem ganzen Alltagsleben.